Zu zweit aus einem Glas oder mit einem Strohhalm aus mehreren Gläsern trinken. Mit diesem lustigen Set erschaffen Sie und Ihre Kinder witzige Trinkhalmpipelines. Das umfangreiche Bastelpaket besteht aus 200 Halmen in verschiedenen Längen, die mit und ohne Gelenk ausgestattet sind. Hoch, runter, um die Ecke. Mit den Verlängerungen, Ecken, Kurven, Kreuzungen und T-Stücken kreieren Sie immer wieder neue Röhrensysteme. Neben maximalem Spielspaß fördern die bunten Röhrchen die Kreativität, das konstruktive Denken und planerische Umsetzen. Natürlich ist der Trinkhalmbausatz auch ein tolles Mitbringsel und ein unterhaltsamer Partyspaß für den nächsten Kindergeburtstag. Bauen Sie Ihren eigenen Strohhalmbolkenkratzer für coole Partys oder heiße Sommertage. Bestellen Sie jetzt und Ihre Kinder werden so viel trinken wie noch nie. Bauen Sie mal aus demihu Untertitelung des ZDF, 2020